hallo hier ist der martin von meinem und hier ist das die DAX Analyse für nun dienstag den 8.2.2022 und zum montag ja was soll man da sagen unser DAX der hat so irgendwie nichts ganzes nichts halbes gemacht also die einen haben ja was ist die ein eigentlich haben irgendwie alle gestöhnt erwartet war dass er unten raus hier noch ein bisschen zurücklaufen kann dass er ein bisschen schub bringt oben raus insbesondere wenn man die 230 oben raus und und dann aber auch 270 sollten sollte oben raus bisschen pfeffer kommen wir haben das gesehen 230 das immer mal wieder probiert dann immer mal wieder ein fehler ausbruch hat die ordentlich mit der linie rumgetanzt unten ist am vormittag so abgestorben dann irgendwie sich so einen kleinen dreifach boden gebaut hier im bereich um 15.100 die 15.100 sollte ja eben nun der schlüssel werden um eben weiter nach unten durchfallen zu können auch bis zur 15.000 hat auch nicht gemacht so irgendwie so ein bisschen arbeitsverweigerung gewährleistet zum montag ne da ist schon verständlich tschuldigung ist schon verständlich dass der eine oder andere hier ein bisschen gestöhnt hat dementsprechend kurz können wir aber eigentlich die heutige analyse machen denn im grunde kann man die gleiche analyse für den nächsten tag noch mal machen also wir sehen jetzt hier von unten eher mehr geschiebe seitwärts flaches seitwärts keine dynamische erholung kein kontern kein vogel v nach oben das ist eher flachte seite auf niedrigem niveau und sowas ist durchaus prädestiniert dafür da eben noch mal ein paar tiefs drunter zu setzen deswegen wird zum dienstagsrisiko auf der unterseite erstmal offen halten und würde trotzdem dabei bleiben unter 15.100 hat der dax wieder abwärtsrisiken bis noch mal vor wochentiefs und dann eben auch schon ein stückchen tiefer ja man kann ja schon an die 15.000 14.965 gehen oben muss halt immer so ja die 15.230 ist nachhaltig raus 15.270 und dann würde das auch nach oben ein bisschen lockerer werden 15.350 15.420 ne das war so eine benannte rücklaufzone die dann noch kommen kann ähm ja wie ja was soll man dazu sagen halt ne also er ziert sich er verweigert sich will hier nicht so richtig mit ich würde aber trotzdem die die technischen merkmale einfach dann anlegen auch wenn das am montag ein bisschen zäh gelaufen ist ähm muss das nicht heißen dass der dienstag dementsprechend auch so scheiße wird ne das hat man ganz oft dass wenn ein deutlich dynamischer tag war ähm das sieht man ganz oft der donnerstage sind sehr sehr oft so dynamische tage ne und wenn die donnerstage so ultra dynamisch sind sind meistens die freitag das sieht genauso aus wie das was wir hier haben sowas kommt dann gerne mal in der kombination donnerstag und freitag passt jetzt hier nicht so ganz ist aber trotzdem von der musterabfolge relativ üblich ist einfach mal so ein trödeltag so ein lümmeltag äh dazwischen ist wo der dachs halt einfach hier so faul rumliegt halt ne äh und 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 nicht so richtig vorwärts und auch nicht zurückkommt eröffnet haben wir ähm um ich glaube 15.180 rum ne 15.183 ausgegangen sind wir 15.188 brauchen wir uns den tageschat gar nicht angucken der ist auf der stelle stehen geblieben und ähm auch das spricht eher dafür dass hier auf der unterseite noch ein bisschen druck kommen kann und von daher würde ich sagen ähm lassen wir es dabei nehmen die analyse vom vortag nochmal ein bisschen wieder mit ne äh unten 15.100 wichtig fällt die wird die fallen gelassen äh macht er sich nach unten weg frei bis zu 14.965 und wenn die dann eben auch bricht dann schon mal in die zone rein 15.830 15.800 die auf tagesebene wichtig ist vielleicht auch schon ein schwapp drüber eigentlich so wie wir das gestern gemacht haben und ansonsten hier oben das ist eigentlich auch unverändert über 15.230 über 15.270 würde er sich dann Platz in die nächsten ähm erholungszone rein geben ne 15.350 15.420 das wären das wäre dann so die zone 15.420 könnte ich mir eine gute Reaktion vorstellen sollte die aber nicht einsetzen würde er dann zu bullisch werden ne das würde dann auch auf tagesebene zu hart nach oben anziehen und so dass man eigentlich schon über 15.500 hier in den Gap Close anpeilen müsste bei 15.640 ne das sollte man nicht ganz aus den Augen verlieren ähm der sollte hier jetzt nicht zu viele Mucken nach oben machen halt ne weil äh dynamische Bewegung nach unten Flagge zur Seite da sollte jetzt auch nicht unbedingt jetzt hier was hochkommen Richtung 500 oder sonst wäre das bullisch zu werden halt ne also wenn er den Rücklaufbereich hier im 350 420 zu doll überläuft und auch eine 500 nach oben sprengt ähm würde das eher nach oben antriggern und dann hier einige Gaps halt in den Fokus nehmen hier oben haben wir auch noch ein offenes Gap ne Bereich um 49 hier die 46 das wären dann so alle so mögliche Anlaufzonen wenn der Bereich nicht halten kann ne aber so wie er jetzt steht ähm glaube ich eher unten ein bisschen aufmerksam bleiben gut ja was soll man hier da lange um heißen Brei rumquatschen wenn er nichts gemacht hat deswegen macht man das Video heute mal hier schon zu ist jetzt ein bisschen kürzer aber ja es hat auch nicht so viel passiert ist da einfach so zwischen seinen zwei Signalbereichen rumgelümmelt das war oben die 230 270 und unten die 15100 beides nicht verwandelt einfach dazwischen sich ein bisschen Zeit erkauft zur Seite und nun darf der Dienstag uns fortführen also ich wünsche euch viel Erfolg zum Dienstag gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss mit B sch tschüss tschüss